Ja, hallo und willkommen auf meinem Kanal. In letzter Zeit dreht es sich mehr um Schach, also um Schachcomputer, hier das DGT-Brett, um Schachpartien, Partien von Schachcomputern, teils gegen Schachcomputer, teils gegen menschliche Spieler. Kann sein, dass ab und zu noch andere Videos reinkommen. Aber das ist ja, wenn ihr über Schachcomputer und sowas was sehen wollt, dann geht auch auf die Playlist, Playlist Schachcomputer, Playlist Schach allerlei. Und das andere ist an den anderen Playlists dann aufgeteilt. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß auf meinem Kanal.